So, das war ein bisschen überraschend jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Typen alle treffe. Also dieses Motorradl-Treffen, dass ich dieses wieder erleben habe dürfen. Das sind Leute aus Südtiroler gewesen. Die waren auch da ein bisschen auf der Durchreise. Ja, Zufälle gibt es, gell. Das Blöde ist, dass ich leider Gottes aber dadurch ein bisschen mit dem Zeitverzug gekommen bin. Und jetzt war ich gerade beim Krämerwirten und wollte da ein Jausen essen. Und jetzt hat es sich leider so ergeben, dass ich... Schaut mal, bitte, ich habe mir das jetzt alles mitnehmen müssen. Weil das war jetzt genau nicht mehr ausgegangen. Ja, so ist das halt manchmal im Leben. Und wenn sich was nicht ausgeht, dann müssen wir schauen, dass es wieder gepasst wird. Also, nichts für Ungut. Grüß euch.